Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Ich habe es schon in den Neuigkeiten wieder gesehen, es gibt heute wieder einen neuen Emote im Shop. Das Ganze werden wir uns jetzt angucken. Was dort heute sonst noch drin ist, wahrscheinlich das Ganze von gestern und so weiter. Aber wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich extrem über ein Abo freuen und lasst gerne auch Like und Feedback in den Kommentaren da. Würde mich auf jeden Fall extrem freuen und jetzt gucke mal in den Item Shop rein. Wie schon vermutet haben wir heute die Skins von gestern. Und wir haben wieder den Gewitterskin drin aus dem Wütender Sturm Set. Sieht echt ziemlich cool aus, weil im Prinzip hier die ganze Haut aus dem Sturm besteht. Sieht schon ziemlich nice aus, auch hier das Backpack mit dieser Kugel da drin. Sieht ziemlich cool aus. Dazu die weibliche Variante als grüner Skin. Sieht eigentlich auch echt ganz nice aus. Die Farben gefallen mir und ja, sieht ganz nice auf jeden Fall aus. Haben wir die Sturmblitz-Spitzhacke. Hat ganz schöne Effekte, ist jetzt aber nicht so persönlich meine Lübnis-Spitzhacke. Vom Design her gibt es da deutlich bessere. Dann haben wir den Sturmaugengleiter. Sieht richtig cool aus, hat auch einen coolen Effekt. Sieht mit überall Blitzen und allem. Und ist auch nicht allzu laut und auch nicht allzu groß. Dementsprechend ist es auf jeden Fall ein cooler Glider. Dann haben wir hier aus dem Kampfritten Set den Asmodeus-Charakter mit dem Backpack hier. Mit dem einen Auge sieht eben halt alles so ein bisschen futuristisch ein bisschen aus. Er ist jetzt auch nicht mein Lieblings-Skin. Geht aber auf jeden Fall klar. Ich finde im Street-Style hier mit Halstuch. Halstuch-Look nochmal deutlich besser. So sieht er eigentlich ganz cool aus. Ist in Ordnung, der Charakter würde ich sagen. Dann haben wir die Weibliche-Version von Callisto. Auch wieder mit einem Backpack. Hier kann man allerdings nichts ändern. Ist jetzt auch nicht meins. So unbedingt sind die mal eher futuristische Skins. Aber auch nicht meine Lieblings-Futuristischen Skins. Dann haben wir die Doppelschläger. Sieht ganz in Ordnung aus. Der Sound ist jetzt nicht schlecht. Ist aber auch nichts allzu spezielles. Dann haben wir hier Fledermausi. Auch ein ganz nice oder ein ziemlich nicer Kleider tatsächlich. Er gefällt mir auf jeden Fall. Lohnt sich zu kaufen. Dann haben wir hier aus dem Knochenstich-Set einmal den Facetten-Charakter mit dem Geoden-Backpack. Sieht ziemlich cool aus. Als nächstes haben wir hier Knochen-Westen-Charakter mit einem super coolen Backpack. Hier dieses Schwert-Backpack. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus. Dann haben wir den Uhr-Stachel als Spitzhacker. Das war uns auf jeden Fall in Ordnung. Dann haben wir den gehörenden Jäger. Sieht auf jeden Fall cool aus, der Gleiter. Als nächstes haben wir den toxischen Trooper. So mochte ich ihn früher nie leiden. In der Variante. Allerdings jetzt dadurch, dass das Ganze auch noch eine gelbe Variante hat. Finde ich die gelbe Variante richtig cool. Das sieht auf jeden Fall nice aus. In gelb. In grün sieht es immer so... Na ja. Sieht so wirklich schön aus. Aber in gelb ist da glaube ich auch noch mal... Ähm... Ja, ist immer mehr Farbe einfach dran. Und das Ganze sieht ganz cool aus. Äh... Beim Rucksack geht das auch. Der Rucksack sieht so auch echt ganz cool aus. Äh... Ist auf jeden Fall ganz cool so. Dann haben wir den Adler. Bisschen nice wie im Mod. Fällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir den neunten Mod. Und zwar den Zahnseidenwirbler. Schon die dritte Version von Zahnseide. Nach einmal der klassischen Zahnseide. Dann einmal der einarmigen Zahnseide. Kommt jetzt der Zahnseidenwirbler. Ist auf jeden Fall ganz nice. Wie ich finde. Sieht auf jeden Fall nice aus, dem Mod. Dann haben wir die Arktis Assassinen. Ist in Ordnung der Skin. Ist jetzt aber nichts Besonderes. Und ich hätte ihn auch eher als Grün-Skin eingestuft. Dann haben wir die Turbulent-Lackierung. Finde ich eine echt coole Lackierung. Animiert. Auch aus dem Wüthener Sturm-Set. Hier mit schönen goldenen... Ähm... Ja, also... Hier viel Gold dran. Und dann eben halt hier die... Ähm... Ja, diesen Sturm-Effekt, der da drüber geht im Prinzip. Sieht echt ganz cool aus. Auch bei allen... Ähm... Waffen. Auch beim Roboter sieht das eigentlich echt ganz cool aus. Ja, gefällt mir auf jeden Fall. Dann haben wir noch Lufthorn. Ist ein ganz nice, die Mode. Ja. Kann sich auf jeden Fall kaufen. Dann gucken wir nochmal ganz kurz in den Rettet-die-Welt-Shop rein. Ähm... So. Dann gucken wir, was dort heute drin ist. Ähm... So. Ähm... Einem Shop. Super Anhänger, Lama. Ähm... Hätte ich euch empfohlen vielleicht, wenn da drin... Ein mythischer Anführer der Überleben drin ist. Sonst lohnt sich das Ganze nicht. Ja. Das war's mit dem Video. Ähm... Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video. Vielen Dank.